Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Neurotransmissionsgeschwindigkeit unter einer Nanosekunde, schneller als Signalübertragung im Gehirn oder zu einer externen Prothese. Das ist es, Peter. Und niemand kann uns das mehr nehmen. Unglaublich. Und Ihre Arbeit am Neuralnetz war der Schlüssel. Aber es ist noch nicht mal getestet. Es sind noch so viele Fragen offen. Es funktioniert wunderbar. Kommen Sie, sehen Sie. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.